Hallo ihr Lieben und liebe Grüße von der Miranda. Ich sitze hier gerade und habe mich in ein Lid verliebt. Das heißt, ich sitze hier schon ein bisschen länger. Und es ist auf Spanisch, auf Argentinisch-Spanisch. Und hat eine komplizierte Zupftechnik. Und ich versuche das jetzt schon ungefähr seit einer Stunde, denke ich mal. Später haben wir es jetzt. Hier ist es halb acht gerade. Und ja, ich werde es jetzt noch mal ein bisschen üben. Und nehme euch mal gerade mit, wie weit ich bin. Also seid gespannt. Ich lasse es mal nebenbei laufen. Sonst kriege ich es nämlich nicht hin. Also so lerne ich das. Immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. So. Ein bisschen vorspulen. Oh, das ist so schön. Spirado. 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 Entre los marines, las flumas del águila y el congur, me caen las gotas del cielo que hoy me fundan las semillas. En este camino rumbo a la selva, me encuentran pajarillos o granjero. Inspirado en el vuelo del águila, encontré en su corazón este canto que brota del alma que ahora, en este camino rumbo a la selva, me encuentran pajarillos o granjero. Inspirado en el vuelo del águila, encontré en su corazón este canto que brota del alma que ahora... Pajarillos o granjero, encontré en su corazón un beso blanco con alas de cóndor y mirada de joven. Pajarillos o granjero, encontré en su corazón, un beso blanco con alas de cóndor y mirada de joven. Entre las esmarirí, las flumas del águila y el congur, me caen las gotas del cielo que hoy me fundan las semillas. Entre las esmarirí, las flumas del águila y el congur, me caen las gotas del cielo que hoy me fundan las semillas. Horaí, las flumas del águila y el congur, me caen las gotas del cielo que hoy me fundan las semillas. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So schön! So schön! Ja, das darf ich noch weiter üben. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ich sage bis später!